Und damit herzlich willkommen zurück zur TTT und mit dabei ist wieder Paul und Tobi und Onkel. Ja, hu, hu, hu. Und ich gehe aufs Darmklo. Ich gehe aufs Darmklo. Was? Was ist mein Darmklo? Gehen Sie bitte weg, gehen Sie bitte weg von meinem Darmklo. Gehen Sie bitte weg von meinem Darmklo. Also ich hätte gerne ein Bierchen und dann möchte ich gerne hier ein Whisky noch vielleicht haben. Oh, Kevin, Kevin, bitte. Mann. Warum? Hä? Ich habe mir gerade ein Whisky bestellt, Mann. Ich habe gerade rausgefunden, wo ich war. Ich war hinter den Kegelbahn und da konnte ich die Bälle wieder austeilen. Mann, verdammt. Das ist voll schwer, damit umzugehen. Ja, das Schlimme ist, dass er vorher noch anfängt zu schreien. Wenn er schreit nicht, würde er treten und dann schreit. Er hat mir das kein Thema, aber er schreit erst und tritt dann. Das dauert so lange. Der hat aber zweimal getreten. Und deswegen, ich hätte dich noch kriegen können, wenn ich noch näher angekommen wäre. Achso. Äh. Fert. Mann, das war eigentlich. Vertraut nicht Kevin, der wird euch wegsparen kicken. Ich wollte nicht so in die Klokabine reinklochen. Das ist ein Typ, wie kann man denn einen wegkicken? Ähm, mit dem Fahrrad. Ich habe den Spaten-Kick gekauft. Mann, gibt es hier auch Kegel? Also, gibt es hier auch Bowlingkugeln? Ja. Cool, hier kann man wirklich richtig bowlen. Komm mal her. Ich muss bloßen. Ich muss bloßen. Was war ich? Ich habe hier rumgeballert. Nein, ich habe gerade, ich versuche gerade zu bowlen. Aber die... Achso. Nein, nicht schlimm. Alle getroffen. Du kannst das mit einem Kegel irgendwie machen, aber... Warte, Magnetostik. Oh, nee, warte. Nehmen wir den Magnetostik mal. Und dann... Kann man hier... Ah. Hä? Ich habe sie weggeräumt. Mö, buh, buh. Betrüger. Und, und, oder? Okay, ich hole den Whisky. Und, komm, komm, komm. Hä? Warum gehen die zurück? Siehst du? Jetzt will sie nichts mehr von mir wissen. Du versuchst... Ah, warum schießt du auf mich? Hä? Tobi. Tobi. Tobi? Tobi hat auf mich geschossen, ja? Meinst du? Bitte was? Ja, warum schießt du auf mich? Tobi ist Traitor. Nein. Okay, wer ist da gerade? Tobi hat auf mich geschossen und ich habe zweimal an der vorbeigeschossen, weil ich das so rollte. Durch? Was? Durch eine Explosion? Was? Wie? Was? Wer ist... Er ist tot? Paul ist tot. Kevin. Nee. Der Tobi war die ganze Zeit bei mir. Das war aber durch eine Explosion. Kann auch ferngezündet gewesen sein, oder irgendetwas anderes. Ich weiß nicht, wie das... Das war ein bisschen merkwürdig hier. Na? Kevin. Ja? Kevin. Kevin. Hup! Flexer! Kevin ist es! Kevin ist es! Okay. Nö, nein. Nein. Ah! Wer hat die Fake-Leichen eingelegt? Ich dachte mir so, hey, was ist das mit dem Bub, Bonnie? Hast du das Ding geholt? Wolltest du das eigentlich neben die werfen, weil die gerade so schön am Kegeln waren? Dann dachte ich so, Alter, das Ding geht ja ernsthaft jetzt nicht hoch. Und dann dachte ich so, fuck. Und ich bin hingegangen gucken, weil er rumgeschrien hat. Dann dachte ich, er wäre tot. Weil auf einmal nicht mehr gesagt hat. Dann klickt die Leitige an. Bang. Ja, warte mal, es war jetzt aber schon Kevin, oder? Nee, nein. Hä? Warum hast du dann auf mich geschossen, Kevin? Weil du verwundet warst und Paul da tot lag und du vorher noch da warst. Was ist das denn für ein Schwachsinn, weil ich verwundet war? Du weißt doch, man fliegt hier überall runter oder so. Und außerdem habe ich doch gesagt, Tobi hat mich angeschossen. Ja, aber Paul lag da. Und ich dachte... Und Paul lag da plötzlich tot, du warst weg. Ich war bei... Ich war bei... Ich war bei... Dann dachte ich, ich würde Tobi vielleicht noch was schließen. Dann auf einmal, da liegt eine Leiche rum. Hä? Und dann... Okay. Dann schieß doch noch Kevin auf mich. Der Fake-Buddy war schon echt genial, oder? Der Fake-Buddy war scheiße. Das ist... Das war richtig. Der hat mir auch so richtig schön offen da gelegen, damit auf jeden Fall trotzdem den sie... Das war nicht so geplant. Ja, danke. Das war... War ich denn Paul tot und du weg? Der hat mir so... Ja, ja, dann schießt er einfach mal wieder so. Ja, mal wieder. Mal wieder. Oh, der war schlecht. Ich muss da handeln. Wie kriegst du die denn so gestoßen? Mit der rechten Mäustaste du schon... Also wenn du rennst... Mit der rechten Mäustaste nimmst du sie so hoch und dann läufst du einfach mal drauf zu und drückst sie nochmal, dass sie loslässt. Aber irgendwie zielt es dann mit dem Ziel nicht so richtig. Und wenn du gar keine Ahnung hast, was los ist, dann machst du einfach den hier. Dann machst du einen auf Paul. Warte. Oh, schade. Oder ne, wenn du cool bist, dann machst du das hier. Alle neune. Hä? Warte. Kevin. Klappt das? Geht das? Boah, was war das? Das Diskopulator reingeworfen, oder? Zweimal alle neune. Hab ich vorhin auch gemacht. Drei mal auf einmal leergeräumt. Will ich auch nochmal probieren. Ah, Kevin ist Traitor. Ja. Schon wieder. Wer ballert denn da rum? Ach, ach, das ist ein Schießstand. Natürlich. Wie geht der eigentlich? Ha! Hörst der mir gerade den Schuss rein? Hallo, ich hätte gern... Ja. Okay, das ist ein bisschen irritierend mit allen hier rumballern. Ich glaube, ich geh lieber. Ja, das ist komisch. Das ist kurz die Alte über den Haufen Nagel. Jetzt gibt's kein Bier mehr. Das Spielfeld brennt. Er hat zu viel geredet. Hm? Babidi Bab. Hm, das ist klar. Aha, ich komme auch lang. Was sind das hier für komische Typen da auf dem... Da vor der Tür da... Da. Was wollt ihr hier? Oh, guck mal, hier sind Waffen aus dem Traitor-Shop. Ist ja lustig. Die hängen hier an der Wand. Kannst du aber leider nicht nehmen. Ja, ja. Das ist richtig. Die Map ist aber echt eigentlich... Komisch, ne? Das ist bloß der eine große Raum. Ah, da oben. Hier, der Tobi. Der Tobi. Wo ist der Tobi? Der beobachtet uns wieder hier. Hier sind noch ganz viele Gänge und alles. Ja, wie, was denn? Der beobachtet uns so ganz komisch von Weiden. Aha. Das macht er immer. Tobi ist Traitor? Ja. Tobi ist Traitor. Tobi ist Traitor. Auch dieses... Ja, auf jeden Fall. Eindeutig. Na, sag ich doch. Kann man hier was benutzen? Aber er hat sich dieses... Wollt ihr mich verarschen? Abgewöhnt. Nee, ich würde sagen, dann könnte es wirklich sein, dass er nicht unbedingt Traitor ist. Weil wenn das kommt, ist das auf jeden Fall. Aber dieses Rumgeweine gerade. Das klingt wieder nach Tobi ist Traitor. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ich bin doch nicht. Ich bin kein Traitor. Wie oft denn noch? Du bist immer Traitor. Männerklo. Wir rennten da hinten rum. Also ich bin gerade auf dem Frauenklo. Kevin? Ja. Wo bist du? Ich versuche gerade wieder rauszukommen. Kevin? Ja. Verpiss dich. Paul? Warum bist du hurt? Weil ich gefallen bin. Nein, Quatsch mal. Tobi ist ein Schuss. Baby, don't hurt you. Maybe I hurt you. Hm. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ich brauche mir die Stimme weg. In irgendwelchen Gängen. Ich bin, habe keine, keine Waffe in der Hand. Also, schieß mich nicht. Hier sind überall so Gänge. Warum habe ich eigentlich keine Waffe in der Hand? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe einen Traitor-Berat-Rufen gefunden. Schön. Kann man hier mitnehmen? Kann man auch nicht. Was hast denn du hier gemacht? Ist das hier vielleicht ein Traitor-Dings oder sowas? Ich habe meine Waffe dahin gelegt. Ja, ja. Da haben wir den Bob-Klatscher für die Babygun. Mhm. Tobi? Hä? Wo seid ihr denn? Ah, da hinten drin hockt er. Seid, seid ihr wieder hoch. Hä? Geht's da hinten weiter oder was? Ha, ha, ha. Nee, dann musst du woanders lang. Okay, ich kann dir zeigen, wo du lang musst. Komm mal hin. Paul? Paul? Ja, der Paul schießt nun wieder auf heute hier. Ja. Auf so einen komischen Typ, der hier rumsteht und keinen Schaden kriegt. Der ist ruhig der Einzelsurfer. Oder einen anderen habe ich da noch weggebracht gehabt. Ja, ja, der steht aber noch rum. Ich konnte hier die lustige Frau aus Half-Life 2 da hinterm Tresen auch wegnageln. Höh, ha, neben mir ist gerade irgendwas hochgegangen, so eine Tür. Ja, warte. Boah, schießen die doch von draußen. Was war denn das? Na, ich schieße nicht vor mir. Schon. Hä? Alter. Warum schießt du auf das Fass, Tobi? Oh, ist das eigentlich... Ey, Tobi hat aufs Fass geschossen, Alter. Wer ist das denn? Diesmal sitzt er aber echt schwer. Okay, ich habe Schaden gekriegt, wenn mir eine Bodenkugel über dem Fuß gerollt ist. Das ist auch geil. Was? Ja, aber nur einen. Nur einen HP, aber trotzdem. Was ist das jetzt im Raum? Hä? Wer bist du? Das ist bestimmt ein Trader-Tester, ne? Achso, weiß ich nicht. Da war ich auch drin, aber ich hatte keinen Bock, mich auf die eine Plattform da raufzustellen. Ah, jetzt, hör doch mal. Mein Gott. Maaah. Alter, hör auf, so um mich rumzuschauen. Ey. Keine Blasie. Was war das? Hallo? Hallo? Freunde? Nein? Ach, ich verstecke mich jetzt. Hallo? Kevin? Onkel? Tobi? Ich habe Zeit. Drei Minuten. Ich weiß. Was war das? Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es hilft, es heilt die Kraft! Vertraue und glaube ich, das ist schon krank! Warum? Hä? Da kommt ein Schaf! Ich weiß nicht? Wie es schafft! Da Tobi hier ist, Kevin ist ein Traitor. Kevin. So, Tobi, auf Kevin. Oh ja, Mann, Alter. Er ist noch richtig hart rasieren. Ja. Kevin, wir haben Geschenke für dich. Was war das denn? Was war das denn? Er explodiert irgendwie und jetzt steht da immer bloß noch eine Schildkröte rum. Hä? Was war denn das? Hast du dich selbst da mit den Lüten gehandelt? Nein, da war ein Zwitterfall. Ich hab die aktiviert. Hä? Ich dachte genau davor. Kino. Auf einmal, weißt du, von dem langen Gang kommt auf einmal dieses Schaf angeflogen. Jetzt müsste ich den ganzen Gang hinterher. Ah, geil. Das sah aus. Ich musste, das musste sein. Ich muss aber erst mal das machen, was ich immer machen muss. Die alte da gehört mir. Aber wie könnt ihr die denn noch schießen? Ich hab das auch schon die ganze Zeit. Au. Also irgendwie hat Kevin geschafft, dass er nicht mal einen Punkt zu bekommen. Ah, und das gehört nicht. Was ist irgendwie geschafft, dass er nicht mal einen Punkt zu bekommen. Ich hab doch auch schon mal gewonnen, auch. Ja, aber durch das Neustarten immer wieder kriegst du keine Punkte. Das kann sein. Ja, ja, ja. So, Kevin, Traitor. Alter, ich drück den Knopf, weil sie... Ich bin Traitor. Das glaub ich dir sogar diesmal. Ach, jetzt lass mich doch mal aus dem scheiß Klo raus, Mann. So will ich nicht sterben. Warum nicht? Eine Ausführung deiner Dienste. Was? Was? Das ist ein echter Scheiß-Typ. Scheiß-Abgang. Hä, wer schießt hier? Aha. 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 Ah! Tobi, Issel! Tobi, die alte Passe! Entschuldigung! Ich bin doch auch da und hab's mitgekriegt. Ich hab immer Schrott im Arsch. Rumpallern! Oh Mann, warum ich nicht zurückschieße? Ich guck mir erst den Namen an, wer es ist. Ah, total bescheuert, ey. Total bescheuert. Ich hab mir gedacht, jetzt oder nie, wenn der schon da rumpallert, kannst du auch gleich mitmachen. Juhu! Naja, dann bis zur nächsten Folge. Dein und Tschüss! Tschüss! Alter, ey.